Juhu, Arbeit! Und die Glocken sind auch wieder da, zurück aus dem Urlaub, machen wir mal die Hütte klar Schiff, heute Montag, ab Mittwoch sind wir wieder für euch da, auch am Freitag dann am Glockenkeller in Vorheim, mitten im Zigarrenabend, Rum, Whisky, Brotzeit, Bierchen, gibt es alles ganz leckere Sachen und wer da noch Bock drauf hat, einfach anmelden oder wenn ihr eine E-Mail schreiben, dann quetschen wir euch noch mit rein. Am Sonntag kommt gleich Manuel Inoa vorbei, bedeutet nach dem Urlaub geht es dann gleich weiter mit Spanisch oder Englisch. Der stellt bei dem Fuma-Tasting seine La Aurora Zigarren vor, die er natürlich verblendet und ansonsten kümmern wir uns darum, dass wir jetzt ein Ladengleichschiff haben, die erste Ware ist auch schon geordert und auf dem Weg. Wir beantworten alle E-Mails, die wir jetzt hier liegen haben lassen und freut mich, bis die Tage auf dem Gin Tonic Kira. Bis denne!